Hallo Leute, ich bin heute wieder am Starten mit zwei Freunden, und zwar dem Domi LP 2001 und der Autor, das ist hier der STV. Hi Leute! Wir zocken erst mal eine Runde Freefall. Und was wolltest du sagen, Domi? Ich bin hier der Domi LP 2000 One. Habe ich sie als deinen Namen gesagt, deswegen. Verstehst du? Okay, mich wird vorschlagen, wir starten mal ins Game, oder? Ja. Wäre nicht schlecht. Okay. Ich hasse Freefall. Ich finde es nicht so schlimm. Ich hasse es so extrem. Kann man nicht machen, gell? Alter, ich hasse dich! Ich hate dich, Flo. Alter! Mal wieder! Ich gehe einfach zu einem Teil hin und auf einmal ein schwarzes Loch. Oh mein Gott. Ja und bei mir, Smokey. Smokey. Ja bei mir Batterie. Ich finde es so geil, wenn einer durch die Bomben gekillt wird. Finde ich ganz cool. Smokey! Smokey Attacke! Er hat ne Fieber Batterie. Oder so. Yeah, Brückfeger. Tschüss. Tschüss. Habe ich gesagt. Wer ist denn aus der Stelle? Ich! Gleich nochmal, Brückfeger. Die Runde beginnt ja sehr gut. Ich hate dich! Lo, ich hasse dich so mega. Alter, ich habe jetzt zweimal Flügel. Ich hätte es nicht gesagt. Ja, ich brauche nicht so viel. Ja, ne, ist klar, ist klar. Alter, ich muss darauf. Nein, 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 nein. Alter, du warst im Loch drinne. Alter, du warst da drinne und auf einmal. Was ist? Ne, ne. Doch, doch. Fieber Batterie. Flügel. P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. Loll! Alter! Alter, ich hab's draufge... Ich bin raufgeflogen mit den Flügel hier, Spastin. Ja, ja, du Spastin auch. Oh nein! Oh, wow! Nein! Wer hat die blöden Bomben gehabt? Äh, ich nicht! Ja, ich hab' gerade das Kombi getrollt! Die sind solche Trollers! Ich weiß. Freefall ist irgendwie neunziger Trollmodus. Ja. Nee! Jo, ich hab' gerade noch ein Paket bekommen und da war ein Flügel drin, Junge! Alter, Sonnlack! Sonnlack muss man mal haben, Junge! Stimmt, genau! Ich hasste das, wenn im Brickfass mal nur ein Block... weit springen kann! Nee! Genau, wenn ich... Los! Nein! Drei Mal hintereinander schwarzes Loch! Drei Mal hintereinander! No! Halt! 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 Ich kann mich nicht bewegen! Lass mich, ich kann mich nicht bewegen! Ja, wo stehst du dann? Trollig dich! Lass mich, ich kann mich nicht bewegen! Und du... Ja, ich bin grad extra runtergefallen! Geht irgendwie meine Tastatur nicht mehr! Schreib mal was im Chat, dann siehst du das... Äh, ja! Lol! Näh, näh! Näh, näh! 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 Das ist nicht wahr! Wie oft habe ich heute schon ein schwarzes Loch bekommen? Ich glaub, das... Alter, das bringt so necke! Oh nö! Ah, ihr Sposten! Ja, tut mir leid, ich kann mich gar nicht mehr bewegen! Lol! Ja, ich kann mich nicht mehr bewegen! Ja, ich kann mich nicht mehr bewegen! Vielleicht ist der Stecker deiner Tastatur rausgefallen! Guck mal nach! Äh, wo bist du? Geh noch! Hey, ich bin nicht... Alter! Wie oft habe ich heute eigentlich noch schwarzes Loch? Es ist unnormal! Du bist unnormal! Nein, diese Päckchen sind unnormal! Normalerweise sind nicht mal so viele, äh, schwarze Löcher im Spiel drinnen! Du und deine Päckchen sind unnormal! Alter, ich hasse das! Ich hasse dich! Ja, Masse! Okay, ich bleibe das Buchen! Nein! Nein! Haha! Ich habe mich gerade selber getrollt! Und was war's, Daumen? Äh, Stecker! Ja, ich hab's gewusst! Ja, genau! Wie's Game Over ist, schaffe ich's wieder! Ja, es darf, Flöpf-Flocken-LP! Okay! Ich sage jetzt mal Tschüss! Aber ich werde gleich noch eine Aufnahme machen, aber da ist dann wieder was anderes dran! Tschüss, Leute!